Die Menschen und die Tiere litten weiterhin unter der Hitze. Auch unser kleiner Bär konnte den Schlaf nicht recht genießen. Seine Gedanken gingen auf eine lange Reise. Aber sie wurden immer wieder unterbrochen. Kleine Fliegen und dicke Brummer setzten sich auf seine Nase. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020